Und wieder sind wir in Liberty Island. Ich spiele heute das Level 5 für euch. Als erstes nehme ich die gelbe Kiste und tausche sie mit der da drunter, mit der Pappkiste. Jetzt fasse ich die gelbe Kiste hier unten an und ziehe sie ein nach oben. Wie ihr seht, haben wir es geschafft und sind im Level 6. Das zeige ich euch im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao!